Herzlich willkommen zur Besprechung des ersten Videos im Lärmfeld 5. Worum geht es heute? Es geht erstmal, wie buche ich grundsätzlich einen Lohn ein? Einfach die grundsätzliche Buchung. Wir gucken uns an, was ist, wenn noch ein Vorschuss dazukommt. Wir gucken uns außerdem an, wie geht man mit vermögenswirksamen Leistungen um und was steckt da grob auch hinter. Und wir gucken uns auch eine Lohnpfändung an. Wenn Sie das interessiert, konkret, direkt on point bezogen auf den Ausbildungsberuf Steuerfachangestellte, zweites Ausbildungsjahr, wo Sie dieses Lärmfeld 5 haben, ausgehend von dem jeweiligen Sachverhalt. Und dann haben wir immer so aufbauende Sachverhalte, gucken uns dann konkret den Konplan an, genau die Buchung, wie sie für die Steuerfachangestelltenprüfung erforderlich sind. Dann sind Sie genau richtig hier. Mein Name ist Karl Boman. Ich bin Diplom, Finanzwirt, Diplom, Handelssteuer, Steuerberater. Ich freue mich, Sie hier für die Textteacher Tutorials GbR durch dieses Video führen zu dürfen. Und Ziel ist es einfach, dieses Lärmfeld 5 als auch die Lärmfelder 6, 7, 8 fürs zweite Ausbildungsjahr hier mit Stoff für Sie zur freien Verfügung zu füllen. Daneben bieten wir Ihnen auch ein endgeltliches Produkt an. Das ist jetzt der kleine Werbeblock. Und zwar haben ich, eine Partnerin und ich, die Textteacher Tutorials GbR ins Leben gerufen. Die Seite hierzu ist unter dem Video für Sie hinterlegt. Und wir bieten Musterklausuren mit Musterlösung passgenau für die Steuerfachangestelltenprüfung nach dem neuen Ausbildungsplan für das erste, zweite und dritte Ausbildungsjahr an. Also die Lärmfelder 1 bis 12. Lärmfelder 1 bis 11 sind fertig. Gerade Sommeraktionen, Preise sind halbiert. Können Sie zugreifen innerhalb des Sommers, wenn Sie das interessiert. Für das Lärmfeld 1 bis Lärmfeld 11 sind die Sachen schon eingestellt. Das ist auch schon einmalig, weil im Grunde die Buchverlage jetzt on point zu Beginn Juni für das zweite Ausbildungsjahr habe ich da noch nicht so viel auf dem Markt gesehen. Und hier haben Sie schon wirklich Klausuren dafür, die Sie zum Lernen nutzen können. Und genau, gesamte Ausbildung wird dann angeboten, wenn dann auch das Lärmfeld 12 verfilmt ist. Da warte ich noch ein bisschen, das kommt jetzt die nächsten Wochen rein, weil da ja die Besonderheit ist, dass man dort ja solche Rollengespräche hat und keine typischen Klausuren. Genau. Anlass der Sache war einfach, warum habe ich sowas ins Leben gerufen, warum haben wir sowas ins Leben gerufen. Ich selbst für die Beraterprüfung habe immer mit Klausuren vor allem mich vorbereitet. Das war der Hebel, um Erfolg zu generieren. Und das vermisse ich so ein bisschen bei der Fachangestaltenausbildung, wo ich ja 20 Jahre Erfahrung habe und entsprechend unterrichte, dass sowas dort nicht so vorhanden ist. Und das ist so der Gedanke, das einfach dann Nutzen bringt anzubieten. Okay, jetzt aber genug des Werbeblockes. Jetzt gehen wir in das Video rein und gucken uns direkt erstmal den Ausgangssachfall an. Wir haben hier den Arbeitnehmer, Herrn Kai Sertron. Und der ist 35, kinderlos, katholisch, verheiratet, Steuerklasse 3 und hat folgenden Angaben. Der hat einen Bruttoarbeitslohn. Der Bruttoarbeitslohn ist ja immer Arbeitsvertrag angegeben. Dann haben wir Steuerabzugsbeträge mit Lohnsteuer und Kirchensteuer. In der Summe sind das 480, 86. Und dann kommen hier die Sozialversicherung, nämlich Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung. Die ja vom Arbeitgeber und vom Arbeitnehmer bezahlt werden. Habe ich hier mit so einem Brutto-Netto-Rechner bereits vorausgerechnet. Weil Schwerpunkt des Videos soll ja hier sein, wie bucht man die Sache und nicht, was sind die Sozialversicherungen selbst. Da können wir nochmal ein extra Video für machen. Genau. Und netto bleibt dann letztendlich beim Arbeitnehmer so viel übrig. Diese Arbeitgeberbeträge, die werden ja vom Arbeitgeber on the top auf die 5000 Euro zusätzlich weggegeben an die Krankenversicherung, die ja dann immer die Sozialversicherungsbeiträge erhält. Und diese Beträge, die 1064, 75, die werden vom Arbeitnehmer abgezogen. Also der Arbeitnehmer hat einen Brutto-Arbeitslohn von 5000, dann minus 480, 86 und minus die 1064, 75 Arbeitnehmeranteil. Und dann bleiben ihm netto übrig 3454, 39. So. Jetzt gucken wir mal in den Kontenplan, wo das zu verbuchen ist. Als erstes gucken wir mal ins Soll. Und im Soll haben wir den Aufwand, den Brutto-Arbeitslohn auf das Konto Löhne und Gehälter zu buchen. Den Arbeitgeberanteil, den haben wir zu buchen auf das Konto 60, wo haben wir es denn, gesetzlich soziale 61.10, gesetzlich soziale Aufwendung. Da kommt im Grunde der Betrag hin, den wir hier unten haben. Und der Brutto-Arbeitslohn, der kam ja auf das Konto 6000. Das sind erstmal die Beträge. Dann der Blick ins Haben, wo wir die Verbindlichkeiten einzubuchen haben. Da gucken wir auf die 37er-Kontenklasse, starten mit 37,20 Verbindlichkeit, Lohn und Gehalt. Das ist im Grunde der Betrag, der ja dann an den Arbeitnehmer, das Netto, was dann ihm auszubezahlen ist. Dann haben wir das Konto 37,30 Verbindlichkeit aus Lohnsteuer und Kirchensteuer. Das ist ja der Betrag, die 480,86. Und dann haben wir noch das Konto Verbindlichkeit im Rahmen der sozialen Sicherheit. Was kommt da rein? Da kommt einmal der Arbeitnehmeranteil rein, plus der Arbeitgeberanteil zusammengerechnet. Sie können das gerne natürlich auch in einen extra Buchungssatz reinpacken. Natürlich, aber diese beiden Beträge werden auf das Konto Verbindlichkeit im Rahmen der sozialen Sicherheit gebucht. Das ist der Betrag, der ja dann an die Krankenkasse überwiesen wird. Und jetzt gucken wir uns direkt den Buchungssatz an. Wir buchen also erstmal die 6000, die 5000 Brutto-Arbeitslohn ein. Dann 61,10 gesetzlich soziale Aufwendungen. Da kommt jetzt der Arbeitgeberanteil rauf. Dann der Betrag, der an den Arbeitnehmer bezahlt wird. Das hier würde ich immer erstmal leer lassen. Weil das hat man ja nicht unbedingt hier im Sachverhalt preis vorgegeben, aber eventuell noch nicht ausgerechnet. Ich würde immer erst anfangen mit 37,30. Der Betrag, der ans Finanzamt zu überwiesen ist, habe ich ja aus den Lohnangaben eben entnommen. Und der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil zusammengerechnet. Also hier das rot umrandete 1034,75 plus 1064,75 zusammengerechnet. Das sind 2099,50 Euro. Können wir auch nochmal abschecken, ob das der Betrag ist. Ich rechne nochmal im Taschenrechner. 1064,75 plus 1034,75 kommen auch 2099,50 Euro raus. Passt also. Das checke ich immer gerne ab. Und dann zu guter Letzt werden ja die Beträge jetzt überwiesen. An den Arbeitnehmer ein Buchungssatz. Da wird die Verbindlichkeit aufgelöst. Das ist dann der Buchungssatz hier. 37,20 an Bank. Dann die Zahlung ans Finanzamt. 37,30 wird aufgelöst. Und dann haben wir noch die Buchung 37,40. Der Betrag, der dann an die Krankenkasse zu bezahlen ist. So, das war das Erste. Jetzt geht es weiter. Jetzt gucken wir uns den nächsten Sachverhalt an. Zu Beginn des Monats Juli wird jetzt ein Vorschuss bezahlt an den Arbeitnehmer. Was hat es damit auf sich? Jetzt bittet der Arbeitnehmer eventuell, ey Chef, kannst du mir mal 200 Euro leihen? Kannst du gern mit dem nächsten Lohn in 14 Tagen verrechnen? Das heißt, das ist kurzfristig. Also baut mit der Zahlung der Arbeitgeber einen Forderungsanspruch gegenüber dem Arbeitnehmer auf, wenn er das Geld weggibt, der sich im Umlaufvermögen befinden muss. Und das Konto, was wir hier zu brauchen, ist dann hier das Konto im Umlaufvermögen, also 1er-Kontenklasse. Da haben wir hier das Konto 13,40, Forderung gegenüber Personal. Da wird der Betrag raufgebucht. Deswegen der Buchungssatz, Forderung gegenüber Personal am Bank. Das Geld wird weggegeben. Und dann findet die Verrechnung statt. Ansonsten ist der Buchungssatz genauso wie der Buchungssatz davor. 6.061,10 ändert sich nicht. Das Konto 37,30 ist wie vorher. 7.30,40 ist ja alles einen Monat später. Aber jetzt wird zusätzlich ja diese Forderung hier mit dem Gehalt verrechnet, sodass dann die Verbindlichkeit, Lohn und Gehalt, was der Arbeitnehmer kriegt, dann ja um 200 Euro geringer ist. Ja, und dann findet halt noch die Buchung statt an den Arbeitnehmer. Die Verbindlichkeit, Lohn und Gehalt wird ausgebucht. Dann wird die Verbindlichkeit, Lohnsteuer, Kirchenscheuer ausgebucht. Die Zahlung ans Finanzamt also. Und die Zahlung an die Krankenkasse wird ausgebucht. Das ändert sich nicht. Ja, und dann kommen wir schon zum nächsten Fall. Vermögenswirksame Leistung. Gucken wir uns erstmal an, was ist das? Worum geht es da überhaupt? Die Zielsetzung ist es, Leute mit niedrigem Gehalt, die ganz wenig verdienen, das orientiert sich immer im Steuerbescheid, da gibt es eine bestimmte Grenze. Und wenn man darunter verdient, dann kann man vermögenswirksame Leistung generieren, zum Beispiel bei einer Sparkasse. Und man spart und der Staat zahlt einem dann Zuschüsse dazu, damit sich das dann auch irgendwie zinsmäßig lohnt, dass man da entsprechend was anspart. Definiert habe ich das auch hier in ihrem Skript entsprechen. Vermögenswirksame Leistung sind vom Arbeitgeber, können aber auch vom Arbeitnehmer gezahlte Geldbeträge sein, die für den Arbeitnehmer in speziellen Sparform eingezahlt werden. Und dann findet halt diese staatliche Förderung statt, für den Vermögensaufbau des Arbeitnehmers. Typisch beispielsweise Bausparverträge, Fondssparpläne oder betriebliche Altersvorsorge. In der Regel bis zu 40 Euro. Und jetzt gibt es aber zwei Varianten, deswegen sind vom Arbeitgeber oder vom Arbeitnehmer. Das könnte man jetzt hier einfügen. Oder Arbeitnehmer. Füge ich mal ein. Ist dann auch in ihrem Skript hier dazu drin, denn dieses PDF habe ich unter dem Video auch für Sie verlinkt. Und dann gucken wir uns mal den Sachverhalt an. Ab August werden Vermögensverhältnisse, also wir haben den gleichen Sachverhalten mit den gleichen Bruttoarbeitslösen und so weiter, aber jetzt folgende Änderung. Zusätzlich vermögenswirksame Leistung 40 Euro. In der Variante A wird der komplett vom Arbeitgeber finanziert. Und jetzt habe ich den Fall so aufgebaut. Statt 5.000 Euro Arbeitslösen haben wir jetzt nur noch 4.960 Euro Arbeitslösen. Das heißt, die 40 Euro Arbeitgeberanteil habe ich extra vom Bruttoarbeitslösen weggenommen, wird trotzdem vom Arbeitgeber finanziert. Warum habe ich das gemacht? Ich wollte einfach nicht die Sozialversicherungsbeiträge und die Lohnsteuerbeiträge neu berechnen. Denn der Arbeitgeberanteil, der ist auch lohnsteuerpflichtig, der ist auch sozialversicherungspflichtig. Und insgesamt soll die Bemessungsgrundlage bei 5.000 bleiben. Und deswegen hatte ich jetzt mit diesem Trick gearbeitet, dass der Arbeitgeberanteil, wenn da drin ist. Das ist die Variante A. Dann die Variante B ist, es wird komplett vom Arbeitnehmer finanziert. Variante C halbe halbe, also 20 Euro Arbeitgeber, 20 Euro Finanzierung, vermögenswirksame Leistung vom Arbeitnehmer. So dass jetzt, wenn 20 Euro vom Arbeitgeber kommen, der Arbeitslohn Brutto nur 4.980 Euro beträgt. Zielsetzung, wie eben gerade. Ich wollte jetzt extra nicht neue Sozialversicherungsbeiträge berechnen, weil insgesamt der Gesamtlohn höher ist. Deswegen diese Variante. So, welche Konten brauchen wir jetzt? Wir brauchen jetzt im Soll, buchen wir jetzt ein auf das Konto 6080, den Arbeitgeberanteil vermögenswirksame Leistung. Wenn wir einen Arbeitnehmeranteil haben, der ist weiterhin im Soll im Konto 6.000 Löhnen und Gehälter drin. So, Arbeitnehmer und Arbeitgeberanteil zusammen sind wiederum eine Verbindlichkeit. Jetzt müssen wir ins Haben gucken des Kontos. Da gucken wir dann also in die Dreierkontenklasse. Und da haben wir das Konto 3770, Verbindlichkeit aus Vermögensbildung. Da kommt der Arbeitnehmer- und der Arbeitgeberanteil zusammengerechnet drauf, der dann an die, meinetwegen, an die Bausparkasse zu überweisen ist. Ja, und jetzt gucken wir uns die Buchungssätze mal an. Erster Buchungssatz, 4.960 Euro nur noch Arbeitslohn, 40 Euro Arbeitgeber bezahlt. Die 40 Euro werden jetzt gebucht auf das Konto 6080, Vermögenswirksame Leistung. Der Bruttoarbeitslohn, der jetzt um 40 Euro geringer ist. Nochmals, das hatte ich nur so als Kunstgriff gemacht, um da nicht alles andere neu berechnen zu müssen. Der Arbeitgeberanteil bleibt gleich. So, und jetzt werden die 40 Euro im Haben auf das Konto Verbindlichkeit aus Vermögensbildung gebucht. Der Betrag muss ja dann an die Bausparkasse bezahlt werden, meinetwegen. Und die anderen Beträge, die bleiben gleich. Und dann letztendlich die Auszahlung dann an den Arbeitnehmer, wie im Fall davor, die Auszahlung ans Finanzamt, die Auszahlung an die Krankenkasse mit dem Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil. Und hier der Buchungssatz dann, 37.70, Verbindlichkeit aus Vermögensbildung an Bank. Das ist dann der Betrag, der an die Bausparkasse geht. Jetzt die Abwandlung B, wo ja der Arbeitnehmer den Betrag zahlt. Wenn der Arbeitnehmer den Betrag zahlt, ist da, habe ich ja gesagt, im Lohn und Gehalt 6.000 drin. Und den hatte ich ja bei 5.000 belassen. Deswegen keine vermögenswirksamen Leistungen. Der Arbeitgeber zahlt ja nichts. Gesetzliche, soziale Aufwendungen ändern sich nicht. Verbindlichkeit, Lohn und Gehalt ändert sich auch nicht. Verbindlichkeit, Lohnsteuer, Kirchensteuer bleibt auch die gleiche. Im Rahmen der sozialen Sicherheit bleibt auch die gleiche. 37.70, die 40 Euro bleiben ja auch gleich, weil da ja Arbeitnehmer zusammengerechnet mit Arbeitgeberanteil raufkommen. Und das war ja vorher 40 und sind jetzt auch 40. Ja und dann werden die Sachen entsprechend halt ausgebucht, wie eben gerade in der Variante A auch. Variante C, wo wir halbe halbe haben. Jetzt habe ich ja Hälfte 20 Euro hier im geringeren Bruttoarbeitslohn. Das war ja wieder dieser Kunstgriff. 20 Euro Arbeitgeberanteil, die sind im Konto 60.80 drin im Soll. Und dann haben wir das Konto an 37.30. Hier muss noch ein An hin. Verbindlichkeit aus Vermögensbildung. Hier kommen die 40 Euro rauf. Der Rest bleibt gleich. Und dann werden die Sachen entsprechend ausgebucht. Genau, hier überall muss ich im Grunde noch hier so ein Anrand packen. Und dann haben wir noch das letzte. Pfändung. Kann ja sein, dass eventuell jemand als Arbeitnehmer an irgendeinen Gläubiger nicht rechtzeitig bezahlt hat. Und jetzt ist das Vollstreckungsverfahren beim Gericht gelaufen. Das üblichste Verfahren ist doch, dass man eine Lohnpfändung macht. Weil einen Teil vom Lohn wegzufänden kann man immer leicht machen. Dann würde nämlich die vollstreckungszuständige Stelle das jeweilige Gericht so eine Pfändungsverfügung schreiben an den Arbeitgeber. Und der Arbeitgeber wäre dann verpflichtet, das Geld, was geschuldet wird, nicht an den Arbeitnehmer auszuzahlen, sondern einzubehalten und dann an die Kasse zu zahlen. Die ist dann weiter an den Gläubiger reicht. Haben sie häufig auch beim Finanzamt. Die haben eine eigene Vollstreckungsstelle. Und da ist wirklich das häufigste Mittel, wie man vollstreckt, mit der Lohnpfändung. Und das ist wirklich auch ein gutes Instrumentarium. Wenn der Arbeitgeber das nicht macht und dieser Verpflichtung nicht nachkäme, dann würde er für diesen Betrag haften. Und deswegen behält er natürlich lieber den Betrag ein. Und außerdem ist es auch sehr unangenehm für den Arbeitnehmer, wenn der Arbeitgeber mitkriegt, dass er in finanziellen Schwierigkeiten ist. Aber jetzt geht es ja um die Buchung hier. So, wir haben jetzt den Sachverhalt. Er ist jetzt verpflichtet, der Arbeitgeber 200 Euro des Arbeitnehmers einzubehalten, die er einem Gläubiger schuldet. Und das gerichtliche Vollstreckungsverfahren, dafür soll es eingezogen werden. So, und wie werden jetzt diese 200 Euro eingebucht? Die 5000 Lohnung gehalten bleiben gleich wie der Ausgangssachverhalt. Der Arbeitgeberanteil ändert sich nicht. Und jetzt werden diese 200 Euro, die zu bezahlen sind, müssen wir auf ein eigenes Forderungskonto buchen. Und das ist das Konto 3725 Verbindlichkeiten für Einbehaltung von Arbeitnehmern. Da wird der Betrag aufgebucht. Und das sehen Sie dann auch hier, die 200 Euro. Und an 3720, der Betrag ist entsprechend dann kleiner. Der Rest bleibt gleich. Und letztendlich wird auch hier dann, diese anderen Buchungen sind auch gleich, wie vorher auch. Und diese ist jetzt neu, diese Verbindlichkeit wird jetzt aufgehoben, weil der Betrag an die vom Gericht zuständige Vollstreckungsstelle überwiesen wird. Ja, und das war es schon mit den Buchungssätzen. Merken Sie sich also, wir haben im Grunde das Konto 6000, da wird der Bruttoarbeitslohn aufgebucht. Wir haben das Konto 6110, da kommt der Arbeitgeberanteil im Soll rauf. Dann haben wir im Haben das Konto Verbindlichkeit, Lohn und Gehalt. Das Konto Verbindlichkeiten, Lohnsteuer, Gegensteuer. Das Konto Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit. Auf das Konto Verbindlichkeit, Lohn und Gehalt buchen wir den Überweisungsbetrag an den Arbeitnehmer. Auf das Konto Verbindlichkeit, Lohnsteuer, Gegensteuer kommt der Steuerabzugsbetrag, der dann an das für die Lohnsteuer zuständige Finanzamt zu überweisen ist. und die Sozialversicherungsabgaben Arbeitnehmer plus Arbeitgeberanteil werden dann auf Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit gebucht und dann wird das aufgelöst. Dann hatten wir noch den Vorschuss kennengelernt, der wird dann auf das Konto Forderung gegenüber Personal eingebucht und dann mit der Verrechnung wieder im Haben ausgebucht. Dann haben wir kennengelernt vermögenswirksame Leistungen. Dann müssen wir unterscheiden, finanziert sie der Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer. Wenn es der Arbeitnehmer finanziert, ist es im Soll im Konto 6000, im Lohn- und Gehaltskonto. Wenn es der Arbeitgeber finanziert, haben wir das extra Konto vermögenswirksame Leistungen im Soll. Im Haben wird es komplett als Verbindlichkeit gebucht, Verbindlichkeit aus Vermögensbildung, die dann an die Bausparkasse ausbezahlt wird. Und dann hatten wir noch den Sachverhalt Kontofendung. Da gab es dann dieses eigene Konto Verbindlichkeiten für eine Behaltung von Arbeitnehmern, wo wir den Betrag aufbuchen. Genau, das war es. Und demnächst kommt dann das zweite Video, wo wir dann entsprechend weiter hier die Geschichte Lernfeld 5 aufbauen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.